Ich werde aber auch immer komplizierter, also muss man zugeben. Gameplay-technisch ist das Spiel jetzt nicht unbedingt das geilste, aber es wird komplizierter. Das hat doch hier bestimmt irgendwas zu tun. Wow, wow, wow. Entschuldigung. Warte mal. Da passiert was. Das muss ich auf der anderen Seite bestimmt auch tun. Na komm. Hallo. Okay, was habe ich getan? Was ist hier passiert? Weshalb? Ich mache einfach alles kaputt. Was zum... Entschuldigung. Was ist denn das? Okay, ich habe keine Ahnung was ich gerade getan habe. Aber es sah richtig aus. Ich schwöre. Einfach erstmal alles aus. Die Frust kaputt machen. Achso, das war diese diese Statue da oben Töten! Naja, töten nicht, aber kaputt machen Kaputt machen! Ich weiß zwar immer noch nicht, wozu ich das gemacht habe oder wozu ich das mache weil irgendwie ergibt sich da mir keinen Sinn draus, dass ich jetzt das Ding abgebaut habe Abgesehen von der Tatsache natürlich, dass ich mehr Punkte im Endeffekt bekomme Aber ansonsten Punkte sind mir eher egal Ich muss erst mal aufräumen, tut mir leid So, da kann ich hier rein mitbatteln Nö Jetzt habe ich den Stein kaputt gemacht, da Hm Ich bin schon wieder zu ratlos Pfff Sah gut aus Weiter alles kaputt machen Erstmal aufräumen, dann sich man nur noch mal machen muss Ok, also hier unten scheint irgendwie nicht mehr großartig was zu sein, was man machen kann Ich werde gleich nochmal mit Batman nach oben flühen Äh, mit Superman nach oben flühen Achso Ok, da hätte ich natürlich auch drauf kommen können Hätte Bin aber nicht Konstruieren wir Poweranzug Ok Ähm Oh, whoa, whoa Ok Okay Supermen übernimm mal kurz Ah, jetzt ist er treffbar Wenn er sich da nochmal gedreht hat Okay, okay Verstehe Er hat also diese Phasen Was kommt jetzt als nächstes? Wieder welche? Jo Ich hab das mal kurz übernommen Wow Hoi da Komm schon Das Telefon klingelt Hab ich nicht erwischt? Scheiße Komm schon Jetzt aber Dich doch Ja bitte Geht doch Äh, Batman kümmere ich mal kurz herum Äh, was muss ich tun? Achso Okay Geht doch mal aus dem Weg Äh Was muss hier passieren? Nein Freunde, jetzt reicht's mir gleich hier Ja, okay So So, können wir jetzt bitte Ernst machen Ja, das ist ja Ja, ichй So, was ist mein Problem jetzt? Beziehungsweise mein Begehr. Ich höre doch immer irgendwas. Hier. Zusammenbauen. Und so. Okay, gibt es das hier drüben auch? Nein. Aber hier gibt es etwas. Okay. Aufwärts. Checkpoint. Sehr gut. Dann gehe ich auch speichern? Ja. Speichern und fortfahren. Genau. Dankeschön. Well. Okay. Vielleicht hätte es dazu doch keine Bomben gebraucht, aber ist ja auch egal. Was habe ich jetzt hier? Ein Elektroanzug. Ah ja, sehr gut. Das sieht da drin auch sehr elektronisch aus. Und Batman, äh, Superman kann da nicht rein, weil wir liegen, ne? Und so. Okay. Okay, cool. Okay, cool. Okay. Okay, cool. Okay. Was kann... Superman kann nicht mal Schalter drücken. Ähm, okay. Hm. Wow, Entschuldigung. Nein, ein bisschen erschrocken gerade. Wow. Was funktioniert jetzt also nicht so? Muss er ja irgendwie hoch. Mit meinem Elektroanzug irgendwie. Oh, passiert nichts. Hm. Hm. Alles kaputt, ja. Anfang des Frust. Ja, was ist denn das hier? Warte mal. Hm. 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 Ich bin... Irritiert gerade. Ich stelle das Prinzip hier nicht gerade. Also es sieht ja... Das Blaue ist doch immer das Magnetische gewesen. Aber magnetisch. Warte mal. Wenn ich jetzt hier drücke... Was passiert dann? Da sieht da oben nur das Ding aus, ne? Also irgendwie muss ich da hochkommen. Aber irgendwie... Ich kann nicht schießen. Auf B geht gar nichts. Der Elektroanzug hat ja nichts drauf, außer eben durch Elektro gehen zu können. Da will ich nicht wieder hin. Hm. Ich bin ein wenig irritiert. Was gibt's hier denn noch? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ach, ich kann wieder auf den Steckanzug wechseln. Ach so. Na dann. Ja, das ist natürlich was anderes. Ich weiß, wie da steht, dass ich da ne Bombe ranhauen muss. Genau. So, Sophie. Ich brauch dich mal. Ach so. Entschuldigung. Ich muss das ausschneiden.